Lieber mit Menschen, es ist jetzt Samstag. Meinen einleitenden Vortrag halte ich heute am Ende des Tages. Leider sind die Umgebungsgeräusche ziemlich laut. Deswegen gehe ich immer mal relativ nah ran. Aber ich bin unzweiflich immer noch auf der Frankfurter Luftmesche, wie man hoffentlich sieht. Es war heute ganz interessant. Ich war zuerst am Kinderbahnhof bei Wir sind Meer. Da waren etliche Menschen versammelt, die dann später auch in Richtung Buchmesse gezogen sind. Ich selber bin dann auch mal mit meinem Bauchladen schon mal vor und habe noch versucht, ein wenig mit meinen Büchern Reklame zu machen für die Bücher. Ja, und Helmut heißt Helmut, Helmut Seetager, habe ich auch wieder getroffen. Auch wieder getroffen. Und da hatten wir im richtigen Moment die richtige Sorte Generalwasser besorgt. Sehr schön war das. Und auch ein paar Fotos von mir gemacht. Ansonsten war ich anschließend dann auch noch mal auf der Messe selbst. Leider ist es ein bisschen laut hier, aber ich hoffe ihr versteht mich. Und trotzdem, es ist so, dass Musik läuft ohne Grund. Menschen telefonieren in meiner Nähe und dergleichen mehr. Ja, was wollte ich sagen, ja. Ich habe verschiedene Fotos gemacht. Von Amnesty International und anderen wichtigen Dingen. Und ich war natürlich auch am Stand von Titanic und konnte noch die Lichtgestalt machen. Ich habe einen tollen Morgen fotografiert und die faszinierende Frau Moppel nahezu, aber später mehr. Jetzt werde ich mich langsam anhand meiner Füße wieder woanders hingeben und hoffentlich morgen wieder hier präsent sein. Vielen Dank, alles Gute. See you. Vielen Dank, alles Gute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.